ja moin leute herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist julian gaming und heute ist mir wieder zeit für ein neues video und ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf um punkt tv rumgetrieben das ist halt so eine neuere form von chatroulette und umegel bin ich vorhin darauf gestoßen weil ein anderer youtuber sowas auch gemacht hat und ich habe gedacht ich mache das mal ganz spontan deswegen ist nicht top gestylt hab da ein paar nette leute kennengelernt und ein paar witzige sachen und das wollte ich mal das wollte ich euch nicht mal vorenthalten und deswegen wenn ihr sehen wollt bleibt einfach dran und viel spaß hallo hallo und habt ihr schon mitgezählt nach den ganzen penissen hier ja alles alles depp womit habt ihr denn hier gerechnet auf dem portal auf normal so in eurer altersklasse oder was nein schon ein bisschen älter aber halt nicht weil hier gibt es nur so alte gibt es nur alte pinnel zeigen wollen nicht verwerten leute hört mal ich muss euch leider was sagen ja ihr seid in meinem nächsten youtube video und wegen eurem wort mit n muss ich das wort n jetzt raus piepen weil das sagt man ja nicht in der öffentlichkeit wo ja am freitag wie heißt du wie heißt du schreib mal ein chatfenster scheiße man sind wir im video dann drinnen ja sind wir ja scheiße ich wollte mal youtuberin werden guck mal wenn du möchtest ich wollte mal youtuberin werden wenn du möchtest kannst du deinen instagram namen mal sagen dann können die leute ja da folgen oh ja warte schreiben grad rein ach das ist 2000 years later das müsste jetzt so sein also leute ne x punkt unterstrich kaputtes punkt mädchen könnt ihr gerne folgen dann habt ihr noch ein paar followers ist natürlich auch ein sehr kreativer name fällt mir gerade ein aber ähm ja wie gesagt freitag 10.30 ja guck dir mal in meinem kanal rein da ist das video online ja ja okay dann wünsche ich euch noch viel spaß mit den penissen ja oder frauen die man auch mal findet guten tag na sag mal hast du schon mitgezählt nein weißt du denn was ich meine ja bitte sprech das aus weil ich alles skipp weil du alles ich skipp alle ich skipp alle bis irgendwelche leute mit headset oder mikro kommen also keine älteren menschen mit irgendwas in der hand nein ich bin schneller mit dem skippen ja das ich mach das auch die ganze zeit so weil ähm ich muss dir leider sagen ich mach grad ein video für meinen youtube kanal und äh da kann ich ja sowieso keine penisse und sowas zeigen nein das ist nämlich äh massiv schlimm ja ich habe auch schon mit ein paar männern sprechen können aber die waren trotzdem alle was komisch so keine ahnung das ist äh die kommen dann direkt so äh bruder du hast du ein paar mädels gesehen hier hä du hast schon mal die titten gezeigt so nein ich habe keine titten gesehen machst du auch youtube oder sowas nein definitiv nein was zockst du so wenn du Discord hast du hast ein Headset und du bist im Discord du musst irgendwas zocken also ich bin meistens im TeamSpeak und hab Minecraft aber ich spiel es nicht dann zockst du auf Griefer Games oder was nein warum nicht aber nur mal so zum ausprobieren ja finde ich langweilig so bauen und so echt was machst du denn da ich geh meistens auf Gomme echt ja ne so PvP konnte ich noch gar nicht also ich bin jetzt auch nicht gut aber ja ich weiß was du meinst einfach so aus Fun ne das ist das was ich bei GTA mache ich bring da einfach Leute um einfach aus Langeweile und ähm ja aber ganz ehrlich die machen das ja auch das habe ich in meinem letzten Video auch erzählt ich meinte halt so GTA Online ist halt so du gehst auf die Straße willst dir ein Auto nehmen und schon wird es abgeknallt weil da irgendein Spieler vorbeiläuft deswegen äh ja wie gesagt du bist am Freitag auf jeden Fall in meinem Video drin wenn du das angucken möchtest kannst du ja mal meinen Kanal abonnieren ok bist du nicht gezwungen so ne und ähm ja korrekter Bart korrekter Bart korrekter Bart läuft dein Bart sag mir dein Bart hä? 2x2 ist gleich Seife ja kannst ruhig ein paar Fratzen mehr ziehen kommt alles ins Internet ha Junge mach deine scheiß studentischen Hausaufgaben ha kauf dir neuen Pulli bitte you're welcome danke, danke Lisa, danke, danke Hallo Hallo Habt ihr schon ne Liste geführt? Was für ne Liste? Ja Leute also ich hab das davor eine Frau gefragt und die wusste genau was ich meine ne Liste mit wem ich schon alles rum gemacht hab nein da muss ich noch keine Liste führen das weiß ich noch auswendig eine Liste mit wie vielen Schwänzen ihr hier schon gesehen habt achso ja mindest ich glaub es waren 20 wow in wie vielen Minuten? 10 alles klar wir sind gerade übrigens live die Leute sehen euch jetzt ich hab 4000 Zuschauer und ähm ist schon ein bisschen peinlich jetzt nö ne 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 dann könntest du vielleicht orient Karen duon Mac seith ihr oft hier auf der Plattform? nein ne 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 Ihr seid doch alle bloß neidisch. Neidisch, neidisch. Ja, ja, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr echt auch ein Instagram nennen. Also weiß ich, ob ihr so... Schreibt das mal in den Chat. Für die ganzen Idioten. Ich lege das danach nochmal natürlich extra laut vor. Richtig nett von dir. Guck mal, wie nett ich bin. Ich sag sogar, schreibt das in den Chat, weil es gibt jede Menge YouTuber, die sagen einfach... Hört mal, sagt mal auch in Instagram und dann piepen die das weg, um die abzufacken. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß. Du bist echt ein Ehrenmann. Ehrenmann, ne? Du musst mal dein YouTube reinschreiben und dann... Das funktioniert das dann auf jeden Fall so. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr das macht, ich abonniere den nachher und dann gucke ich. Also entweder am Freitag oder am... Ich mache halt immer zwei Videos die Woche, Freitag und Montags. Und ich weiß nicht, ob das jetzt am Freitag oder am Montag rauskommt. Ich muss mir das mal überlegen. Weil ich mache halt eine Mischung aus Unterhaltung und aus Gaming. Und was spielst du so gerade? Momentan GTA 5. Also falls du mal so Indie-Game-mäßig oder sonst was machst, dann guck mal Yearwalker an. Falls du so Horror-Sachen machst. Guck mal, was das Problem ist. Ich zocke eigentlich gerne Horror-Games, aber ich muss das ja dann ab 18 schalten, ne? Ach so, ja, stimmt. So, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter klicken, weil ich hier noch ein paar verrückte Menschen suche. Aber wie gesagt, Leute, folgt ihr unterstrich Lisa.unicorn. Strich, äh, untenstrich, äh, die Leute, die hat einen Freund, bitte nicht zuspammen. Ich habe keinen Freund, aber ich habe mein Instagram nicht rein. Doch, die andere stört forever alone. Wie die ganzen Männer hier. Sie ist letztendlich, sie ist mit mir zusammen. Jetzt sterbe ich lieber alleine. Ich möchte das schon nicht voll, das mag ich. Ich mag das. Ich mag den Menschen zerstören, dann. Viel Spaß auf meine Suche. Tschö. Ah, das Matten-Genie. Hey, und weiter. Peng. Ja, moin. Moin, servus. Hör mal, hast du schon eine Strichliste gemacht? Was, wie viele Schwänze man sieht, oder was? Ja, ja, er weiß Bescheid. Ich habe mich schon mit fünf Frauen hier gequatscht, ich habe dir dasselbe gefragt. Und drei oder vier meinten direkt so, wie viele Penisse? Ich dann so, ja, ganz genau das. Aber eine so, äh, was meinst du? Er weiß, was sie gesagt hat, die meinte dann so, mit wie vielen Männern ich schon was hatte? Da dachte ich so, was? Ich dachte so, was? Was ist los, Alter? Komplett schmerzt dich, ey. Wo sitzt du denn in der Küche, oder was? Ich? Ja. Dachboden. Dachboden, da ist so eine Eckbank, wa? Richtig oldschool, Alter. Ja, aber ich sitze nicht drauf. Ich sitze auf meinem Stuhl. Achso, die ist doch im Hintergrund. Bist du ein Zocker? Ich bin Zocker, ja. Was zockst du denn? Ey, momentan nur Ring of Elysium. Ja, okay. Ja, hat ein Kumpel mir auch mal empfohlen, aber ich glaub, da war, ich glaub, was kostet das nochmal? Irgendwie hat mich das gestört. Nichts. Ne? Ist das jetzt raus, das Spiel? Ring of Elysium ist kostenlos. Schon immer gewesen? Ja. Oder war das mal so, dass man das irgendwie in der Alpha spielen konnte? Man hätte was bezahlen müssen, oder so? Ich weiß es. Keine Ahnung. Ja, gut, Digga. Du bist wahrscheinlich in meinem YouTube-Channel, also in meinem YouTube-Video drin beim nächsten Mal. Entweder am Freitag oder am Montag. Wenn du willst, guckst du da mal rein, ne? Ich zwinge keinen, den zu abonnieren. Weißt du, was das Witzige ist? Ich bin auch in deinem Video. Ich hab grad vor fünf Minuten die Aufnahme gestartet. Echt? Ja, passt doch. Siehst du? Ja, wenn du mich abonnierst, dann verlinke ich deinen Kanal bei mir in die Beschreibung. Alles klar. Ja. Eine Frau. Leute, eine Frau. Jackpot. Ja, meine Frau. Oh, nee, so ein Prank oder was? Bruder, ich muss los. Tschüss. Tschüss. Bruder, wohin? Na, ich bin ja schon zu Hause, sonst hätte ich gesagt, ab nach Hause. Hm. Also, wollt ihr jetzt hier so Männer trollen, oder was, die mit dem Pimmel hier rumtanzen? Ja. Gierig. Leider keine Freundin, sonst würde ich das auch machen. Diese Lüge ist immer, wenn so eine Frau vor dem Bildschirm steht und dann dieser Typ daneben und der sagt dann immer was. Ja, Marcel Scorpion hat ja so einen YouTuber, der hat ja mal sowas gemacht, der hat ja eine ziemlich hübsche Freundin und da hat er die auch so dahin gesetzt, die in so einem Top so bis hier und die ganzen Typen so hohohoho und dann einfach immer so daneben ihn so eingeblendet, so hallo, ja wo ist denn das kleine Würstchen? Das ist total bescheuert, ey. Also, Reaction und Vlogs. Aber ich glaube, am Freitag mache ich jetzt nochmal was von GTA und am Montag kommt dann das Video hier online. Fetz, warte ich gut, ich gucke mir auch kurz nach. Wie? Ich gucke mal im Chat, zusammengeschrieben. Ja? Nein, nicht mit O. Und nicht mit A, sondern mit E. Julienne. Ja, ich war gerade im Sekretariat und die Dame sagte mir, dass sie als Bogenschießer mit 82 Abonnenten. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon 90 oder so, ich habe hier ein paar Follower bekommen, fand ich ganz witzig. Ich mache das aber erst seit sechs Wochen. 94. Ja. Ja, das sieht man schlecht. Korrekt, danke schön. Direkt abonniert. Genau, schaut einfach mal rein, ich glaube aber eher am Montag. Ja, und knapp aktiviert. Und bitte nicht zu sehr aufregen, ja. Das ist also... Ich kriege mich nie über YouTube auf. Die machen ja auch nur ihr Hobby oder ihr Beruf, sage ich mal. Ja, für mich ist das auch eher erstmal nur Hobby, ich gehe auch einfach ganz normal arbeiten. Ich mache das nach der Freizeit und... Gut, dann skippe ich mal weiter und guck mal, ob ich noch ein paar Trolls hier finde, ne? Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, fast tschüss. Flying Uwe? Flying Uwe? Ah! Ja, Leute, das war's schon wieder mit meinem Video auf meinem Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, klickt bitte jetzt auf den Abonnier-Button. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin jetzt, glaube ich, knapp auf 100 Abonnenten oder sowas in der Art. Und wenn ich nochmal so ein Video machen soll, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe natürlich auch die ganz schlimmen Sachen rausgeschnitten. Ihr wisst ja, da sind leider auch ein paar rarse Menschen unterwegs. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Julien Gaming. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.